wer schnappt sich die meisten trinkt schlüpfer so los geht es so was kommt ich gibt es in der eheliches gibt es glaube ich sogar beim unicorn was ähnliches werkstatt sich die meisten strings wie sie die blaue röcke wir warten auf die struktur hätte ich nie wieder dort kann ja was werden das ist dann easy für uns zu gewinnen darin ist penny doch gut gewesen dass sie damit kriegt das ist doch dass du ins spezial kochabiner aufgehauen hast aber ich kann also das hast du hier keine kopf die irgendwie mega power sind ach das war passant wir brauchen jetzt noch ein paar ja wie gesagt das ist der vorteil warum ist jetzt ja kommt von hinten was aber auch von mir die schrot abgekriegt zwei kann abschießen der andere holt ja scheiße das haben die gewonnen ja es ist ja wenn wir so was haben sollten wir vielleicht mal dann auf zwei gegen zwei gehen dass einer quasi sich mehr oder weniger gerade ein bisschen zurückhält dann bleibe ich dann bin ich mal ran gruppe würde ich würde ich jetzt mal so behaupten weil dort ist es tatsächlich weiter schon um recht ein bisschen unfair okay ich bleibe stehen vielleicht reicht das wenn du wieder hinten verteidigt oder wir dann immer wechseln also egal wer man kann ja durch wechseln dann irgendwie ist schon gut ich bleibe einfach stehen damit sie nicht her bleibt ich möchte schon ein wer ist halt jetzt ja so dass es ein bisschen also klar ich bin das an sich für das kommt entspannt da kannst du nichts bürchen trinken dann auf euch noch mal nach ja jetzt ist soweit da können wir ja noch ins kinken hier vor vier irgendwo ist es immer nach vier stelle ich stelle mich noch ein bisschen weiter runter naja Oh Baby hab ich noch mitgenommen Schütz mich, schütz mich, schütz mich Ah, scheiße Ja Ich hab über die Map geschossen und hab Baby vernichtet Ja, aber Yasha hat die Tasche, ne? Da können sie mal sehen, wie wenig der Maupus eine Chance hat, wenn er nur mit Kevin spielen muss Arme Sau Nein, sie haben auch wieder eine Tasche Die haben zwei Taschen Ei, ei, ei Morkus, Morkus, Morkus Ich hab beide verloren unterwegs Los, sammeln du, sammeln du Hab ich nicht Nein Los, Los Was ist die scheiß Krasche Was ist die scheiß Krasche? Ich hab die Höhe jetzt direkt nach Hause Ich würd' kein bisschen näher bei euch rangehen und zugucken Ich würd' kein bisschen näher bei euch rangehen und zugucken Das Problem ist nur, dann werde ich wahrscheinlich anvisiert, was so unmöglich ist Das ist jetzt 2 zu 2, meine Damen und Herren Die Rotrecke Einer kommt auf sie zu Uh, guter Kill Oh, hat er schön erwischt So, Morkus ist gefallen, meine Damen und Herren, nur noch Kevin Gegen Gaby Wer gewinnt? Morkus nimmt wieder anlauf Die Rohdrücker haben wieder eine Tasche aufgenommen Sie laufen und sie rennen um ihr Leben Sie rennen Beide, beide Das bräuchte eigentlich so eine Ansicht von oben Lieber ein Werner, das Fußballspiel, beste Morgen, Morgen, liebe Spots, meine Herze zu kommen zu Morkus Sportstudio Nein, von echt aus, Sand, Andreas Das ist nicht warm, der kann diese scheiß Rolle auch Ich hab ja schon mal gesagt, was du üben musst Ich kann diese scheiß Rolle nicht Das geht nicht Deswegen musst du üben, du übst in der Lobby Los Hol, ich lenke ab Ah, okay Scherste Raketenwerfen Ja, wie auch weg 2 gegen 2, immer noch 2 gegen 2, immer noch Ja, das ist ausgeglichen im Moment Ja, was ja immer mehr ausmacht Wie gesagt, es macht Mach aus, wenn er dann ein Bände darf Ausgerechnet die Spielerzahl Lass Das ist taktisch ein bisschen anders Okay Okay Der nächste Baby stirbt nicht und Jascha schießt dann weg Oh, ich muss mich bewegen Schön Der bin Der bin ich glaube, es kostet Wenn du so als tipp Schon klar, das mitbekommen Der weggerückt noch Aber ja, ich habe mich dann geholt Aber ja, ich habe mich dann geholt Für alle ist der hinten in der Ecke oben auf der Plattform Also nie auf mich schießen Die blaue Rücke ziehen wieder vor Es steht 2 zu 1 für die blaue Rücke meine Damen und Herren Ich habe es echt ausgeliefert Er steht 2 zu 2 Wieder ja Das ist nicht wahr Das ist nicht wahr Wieso stirbt der nicht? Marki ist bei uns Jawoll Nein Das ist nicht wahr Der steht links neben mir Ich habe das gar nicht gesehen Ich habe das gar nicht gesehen Wurde mir nicht angezeigt hat ich bin gar nicht so bei juli ich habe ich noch mit dem abbilder ist klar verdammt ich würde sie kommen versuchen wir mal eine bessere position zu machen damit ich mal was sehe ich sehe den Markus, ok ja hier ist gut, hier kann ich bleiben hier kann ich es mir angucken, hier ist schön hier bin ich genau in der Mitte, sehr schön oh, jetzt müssen die Rolldrecker aber hart verteidigen meine Damen und Herren, hart verteidigen jawoll, Baby weg ich habe einer los, ich versuche sie zu holen jawoll er rennt auf ihm ist jemand offen Markus, ich habe noch eine Tasche nein, Mann es war knapp meine Damen und Herren wenn da man so schnell ist, könnte er auch schaffen ich habe also beide so weg die Tasche liegen bei uns direkt in der Nähe ja, ich bin da ganz links von dir also nie auf mich schießen, bitte ja, ich sehe dich sowieso nicht, Benni ja, er hat eine Tasche ja ach nee, Baby hat eine Tasche sie rennt um ihr Leben, sie rennt Peter war ein Auto das will ich haben los, Benni, rennt es steht wieder 2 zu 1 meine Damen und Herren uh, das wird heute noch ein harter Fight ich habe das Auto noch abgekriegt aber ich habe Jascha weggenommen egal ich habe dabei, dass das Auto noch auf mich geflogen ist wir führen 3 zu 1, Leute noch eine Tasche meine Damen und Herren, noch eine Tasche die entscheidet die Rohdrecke laufen los jawohl hab ihn hab sie und Jascha steht ja mehr sie trägt von dem aufgang von dem rechten von dem rechten von dem rechten von dem rechten Aufgang naja, das bin ich ach so, das bist du ich habe mich in den Verwalt weggestellt ja, entschuldige wurde es jetzt erst angezeigt und ich dachte, das wäre einer von uns naja, nee, nee, sorry, tut mir leid ich habe jetzt kommt, dass das Auto hier vorbeikommt aber ich wollte Auto fahren ach, da steht die Baby noch die habe ich gar nicht auf dem Schirm gesehen auf der Karte hier nur 2,1, ey schön ein abbilderter Verhalten meine Damen und Herren ja, das ist spannend jetzt gerade, ne wir haben uns schon wieder eine Tasche geklaut wir haben gewonnen wir haben gewonnen wir haben gewonnen Aushalt klasse ja, definitiv geiler Fight muss ich sagen I like it 2-0 Alter 15 brauchen wir jetzt mal tauschen Sven macht mit und ich setze aus ne, ich setze aus mal eine Runde bei dir setzt immer noch was anderes aus hey, wir haben trotzdem guck mal, ich habe hier die meisten Kills das war auch die meisten Tode aber trotzdem ja, das ist es ja also setzt du jetzt aus ja dann denk dran schön weit weg stellen immer also ich hänge mich mit rein ich bin unbewaffnet ich setze also ich setze ich guck mal mit guck mir das bisschen aus der Nähe an ne, ne das Problem ist, du musst dann anvisiert das ist mit okay, nein wie gesagt, ich halte mich dann ich guck mir das ich stell mich da auch momentan keine Sorge also ich guck, ob ich das mache ich will nur ein bisschen was zeigen können weil, wie gesagt, ich nehme ja auch auf ich pack die Waffe weg ne, kennen wir mit der mitten drinnen bis kurz Mist, ne ne, ich guck mal dass ich mich irgendwie nach links außen weg stelle dass ich zumindest ein bisschen was von auch von der rundseite gesehen bekomme nein was war das denn jetzt, Jascha ich hab auf Penny geschossen das bin ich Baby, bitte nicht schießen ich bin das Baby ach so ich schalte mich da komme ich raus gerade ich bin nur hier gerade zum Gaffen ja, 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 ich mach nichts, alles gut ich stehe doch nicht bei uns ich guck hier mal ein bisschen rum ich weiß, was das fällt jetzt weiter aber ich muss trotzdem ich habe mich ziemlich noch raus ein bisschen da stand er ja, den hab's vorne gesehen war die ersten zwei Taschen schon mal für uns, Jascha mag schließt an zum 21 2, 1 mh? oh, alter alter da ich dominiere Baby, das passt ja Kannst du wieder wie ein Forks? Das war ich. Alter, wie fliegt er noch weg? Ich hab nicht nachgeladen. Ich wollte dich wegknallen, aber irgendwie hab ich mich neben dir gesendet. Aber wie geil das gerade aussah. Sven steht da und Baby schilt sich einfach genau locker daneben. Moin. Ja, 2-2 ist durchaus spannend. Wie siehst du mich schon? Eieieiei. 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 Alter. Lauf, Fanny. Penny, los, los, lauf. Hä? Hä? Das war jetzt für die roten. Immer noch. Jawoll. Da kommt einer mit dem Auto, Vorsicht. Kann doch Markus so hin. Nein. Das war eine Vermutung. Ja, 2-0. Es geht ja ein bisschen spannender hin und her auf jeden Fall. Jetzt kommt der jetzt her. Ja, sind los. Nein. Los, Penny. Wir haben die vierte gehabt. Sehr gut. Da links liegt deine, Sven. Da wo Jascha gestorben ist. Links. Ja, die grün konnte... Ja, die ist auch nichts. Nein. Die stirbt nicht, die blöde Kuh. Ja, ist so. Das ist mir auch schon aufgefallen. Ja, mit dreckigen Schlüffern kennt Baby sich einfach aus. Das ist einfach ihr Metier. Ach, Mann, dich habe ich gar nicht gesehen. Eisekalt. Ja, du bist doch vollkommen an mir vorbeigeladen. Ich stand da falsch. Ich habe da. Eisekalt. Eisekalt. Eisekalt die Waffe ins Gesicht gehauen. Schon wieder. Hä? Warum... Warum schiffst denn du nicht? Das frage ich mich bei dir auch immer. Ich schieße dein komplettes Magazin auf dich und da passiert nichts. Da kommt halt immer wieder. Wie eine Geschlechtskrankheit. Mit dem Pickel am Arsch. Wie Herpes. Und dann etwas schieße ich mich bei dir. Das geht mal so. Gut. Mal selber noch mal zum Thema. Und dann llama einfach mal so. Genau dasное, was ich mache mir mysteries. Ja, dann geht weiter mit dir hier her. Dieensweise geht serverd … Aber das wird eine knifft. Vielen Dank. Ja, 3-1. Kriegt dem Rot jetzt den entscheidenden Punkt noch? Oder? Ich würde die Kugel bei Baby im Körper einschlagen. Ich glaube, eigentlich, wenn man so drei Punkte hat, ist es eigentlich relativ nur noch Taktik. Trotzdem muss ich das erst mal machen. Ich finde es gut, dass es keine Zeitbegrenzung drin ist, sondern dass es rein um die Punkte geht. Nein, ich hatte kein Magazin mehr für meine andere Wache. Wache? Waffe. Vorsicht, einer steht oben, ne? Ja, ich weiß. Vorsicht, die haben eine von uns, aber die liegt. Ah, du bist auch tot. Ich habe beide schon erwischt. Markus, ich halte dir um die Stellung. Achtung, in der Vorderung kommt jetzt jemand. Zwei ist weit spannend. Miss. Was? sie haben wir jetzt gewonnen habe ich jetzt nicht so ganz verstanden schade ich wollte gerade mal die kühlt sehen sie ist doch noch am ende ich habe jetzt nicht ganz verstanden warum wir jetzt gewonnen haben wir lagen noch die meiste zeit zurück und wir lagen noch die ganze zeit vorne ja eigentlich wäre es dann sind freier gewesen ich habe keine ahnung gibt es auch was mit autos oder mit schießen hier ich bin auch das ist noch keine chance les im standing ok so kann man das besser machen ja klast sie damit der blotten schleckung mit dem hunde baby da ach jetzt weiß ich warum das sind wir sind alle in der selben crew das kann ja gut ja klar okay eigentlich ist doch immer wieder im crew wenn wir müssen uns rüber wechseln und ja schon müssen wir dann auch noch rein ziehen dann werden wir glaube ich also das ist deswegen ja ja wieder treppen treppen ist dann nicht ganz wenn es gibt keine autos haben wir treppen umgehen ne autos ist marius aber treppen ist nicht meins ne das hatte doch was mit der kohl zu tun das problem hatten wir damals schon unten 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 steht er noch habe ich habe ja schon weg weg 210 ich habe doch mal durch den kopf zu treffen ok du eine runde ja hier ist das stand und nur eine runde schade das ist ja ruhig noch spiel können aber jetzt noch kurz war ja das war gott eine lustige runde ja ja ich habe gewettet das ist ein ich habe auch ich hatte das hätte man wirklich also das war jetzt gerade relativ witzig aha easy das kann ich noch auf und sind ja nur 47 punkte es wird eher ein battle zwischen 3 4 5 und 1 und 2 ne wenn autos dabei sind jetzt jawoll na endlich ach da machen wir scheiße ja penny wir beide ne wieder ja sollte haben wir uns da kennengelernt ne haben wir uns so kennengelernt ja 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 ja